Hallo, ich musste meine Blumen noch mal filmen, die ich genieße noch mal. Immer im Oktober bekommen wir so ein riesen Ding. Es kostet so viel Geld, ich muss es wirklich genießen, weil so etwas bekomme ich jeden Tag. Liebe Blumen, ich bin ein Blumenmärchen. Tschüss! Lila Blumen, nachtadei, 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 lila Blumen, nachtadei, anashtaya dei. Meine schöne Blumen! Yeah, ihr Doktor bekommt so einen Strauß. Da sind Geburtstagsblumen. Ciao! Gehen! Jetzt gehen wir spazieren im Schärve. Ich habe einen Schärve. Jetzt müssen wir sie ein Schärve. Pappas Grau hat. Allt ist ein bisschen Es macht es lustig. Wir gucken, wie es sieht aus. Jetzt haben wir einen schönen 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 schönen. Jetzt haben wir den schönen 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 schönen. So, der schöne Damen ist. Die wachter den ganzen schönen schönen schönen. Der war so schön. Tschüss! Då kom jag på för låt. Ekon satt i granen, skandeskala korta. Fick han synd på barnen, då fick han som bråttom. Stötte han sin lilla gren. Och den långa lilla svansen. Vad fint! Finna, fina gran. Gran, han saknade pappa. Åh, synd. Han blev sjukvård i alla fall. Tschüss! Mirashion, man darf inte lasten. He youinos faval? Ja nie, mam pappa! Ja, mam pappa! Zwei groszi! Rolki koszy QUALTI! phenie Wir gehen aber nicht durch, oder? Joe! Joe! Ich komme! Oder kannst du noch etwas? Das ist nicht das, was wir wollen. Wir gehen aber nicht durch, oder? Joe! Joe! Huh? Wir gehen aber nicht durch, oder? Ich habe ... 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 Pin ... Dieser Fisch, ein Herd. Ich hab noch nie so etwas komisches erlebt. Hi, Monday morning. Es ist Hölle. Es ist so kalt gewesen und jetzt ist Himmel geworden. Paradies. Sonne und Wetter ist gut. Ich hab gefroren. Wie ist das? Komm, gleich ein bisschen. So schön am Morgen. He he he. He he he. Oh, die hat hier eine Jöhle. Ja, komm. He he he. He he he. He he. He 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 he. Tjeise b е h Tjeise. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Unterwegs nach oben. Es ist schon wieder los. Guten Morgen. Darf ich euch vorstellen? Mein Huhn. Ich habe jetzt sechs Sekunden. Und die Beine sind jetzt irgendwie gelähmt. Jetzt pflege ich sie immer ein bisschen. Ein- und austragen. Und am Morgen kriege ich sie immer Würmer. Sieben Stück oder so. Und zuerst Wasser. Wenn ich sie hinlegen, kann ich sie nur ein bisschen nach vorne krabben. Komm, boi. Komm, boi. So, jetzt gibt's Wurme. So, jetzt gibt es ein Wurmer. Ich habe so ein süßen BH, das ist so wie ein Kuchen-Idee und ich habe so ein super Tücher dazu, damit man das gut tragen kann. Hi, jetzt ist ... Oh, jetzt muss ich schauen, was ich ... Das sind Löwen. Freitagabend, morgen gehe ich fischen. Bin schon. Wer kommt denn da? Meine Schildkröte. Unterwegs im Garten. Ist jedem das Löwen? Oh, jetzt gab es jetzt die Blumen los. Jetzt fahre ich Bus. Ich bin ein Schildkröte. Wer kann segla für utan wind? Wer kann röra utan norr? Puss auf der Stelle. Puss auf der Stelle. Puss auf der Stelle. Tschüss. Stripparade. Ich gehe jetzt an Stripparade und Wetter ist ... Schön, ihr freu mich. Stripparade. Ich gehe jetzt an Stripparade und Wetter ist ... Ich gehe jetzt erst einmal auf eine spezielle Party. Ich komme doch nicht rein unter diese Kleider. Ich bin gespannt. Ich gehe noch kurz gucken. Jetzt bin ich heute spannend, oder? Nein, nein. Ich bin einfach gespannt, was es ist. Vielleicht, wenn es lustig ist, dann gehe ich dann anders machen. Vielleicht mit der Freundin oder dem Kollegen. Gib ihm den ... Zum Bissen, weisst du? Jetzt haben wir wieder einen. Ja, ich habe einen großen ... Ja, ich habe keine Sachen gemacht. Ja. Ich bin sehr üblich zum nächsten sehen. Ich bin sehr üblich zum nächsten sehen. Ich bin sehr üblich. Da habe ich Hunger. Und wir haben jetzt aber gesagt, ja, du warst ja älter ... Man hätte auch sehr ... Sehr älterer. Ja, jetzt haben wir einen großen ... Jetzt haben wir jetzt keine Sachen gemacht. So, das sind die schönen Zähne, ganz schnell. Oh, ist gut. Heißlinge von Rengskugeln. Wie heißt es jetzt? Pris? Pris, Pris. Ah, Pris. Hey, die ist richtig haarig. Wie heißt es hier? Wie heißt es? Wie heißt es? Warte, Töne in der Nacht. Die ganze Nacht ist so laut. Wie heißt es? Wie heißt es? Wie ist der da? DieEN, die Die, die, die Die, die Die, die hier kommen Grapfone Eckerado. Grapfone Blumenkappen Genese, Färber, die nicht nur vallgültige Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020